So, da muss ich die Kamera mal nach oben halten. Bei mir Dennis Knabe von VfB Frohnhausen. Ja, am besten du stellst dich selber mal vor. Wie kam es dazu, dass du zur SG Wattenscheid um neu gekommen bist? Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Dennis Knabe, bin 26 Jahre alt und bin an die SG Wattenscheid geraten, auch durch einen guten Kollegen Issa Issa, der hier auch eine Vergangenheit hat und so hat das dann seinen Lauf genommen. Ich habe heute mal aufs Profil geguckt von VfB Frohnhausen, da ist ja auch Ali Issa, der ist jetzt noch neu dazugekommen. Also die beiden, wenn sie das hier sehen, schöne Grüße. Man hat euch in Wattenscheid nicht vergessen. Wo spielst du denn? Ich spiele im Sturm, aber am liebsten spiele ich auf der 10, aber fühle mich vorne auch sehr wohl. Und jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, also da steht ja Landesliga, aber jetzt ist es ja so, im Niederrhein ist das nur eine Liga tiefer, ne? Ja genau, da ist es nur eine Liga tiefer und hier sind es, glaube ich, zwei Ligen tiefer, ne? Genau, wir haben noch eine Verbandsliga, das ist da im Niederrhein nicht so. Ja, also kennst du denn schon Jungs aus der Mannschaft? Ne, ich habe sie alle jetzt kennengelernt, ein bisschen, nach und nach. Das ist eine tolle Mannschaft, haben mich super aufgenommen und unterstützen mich, wo sie können. Es ist schon echt toll, hier zu sein jetzt. Und freust du dich schon auf die Spiele? Wir sind hier im Stadion. Ich gucke mal hier, schön bei Regen. Ja, freue ich mich natürlich sehr. Es ist ein Traditionsverein mit den Fans im Rücken. Wird es auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, hier zu spielen und hoffen, dass wir viele Siege hier einfahren können. Ja, das wünsche uns auch. Ja, und in dem Sinne wünschen wir dir viel Spaß bei der SG Watt & Channel 9. Dankeschön.